Herzlich Willkommen bei den Aktiennoobs an diesem wunderschönen Abend. Mit dabei ist wie immer der Ene. Schönen guten Abend. Hi. Hallo, sehr gut. Wir sind wieder da, ein wenig verspätet. Normalerweise haben wir uns ja vorgenommen, den Dienstag als unseren Stammtag zu nehmen für den Börsentalk. Aber arbeitstechnisch waren wir so stark eingebunden die letzten beiden Tage, dass wir es heute erst geschafft haben. Nichtsdestotrotz bleibt es spannend, denke ich, was wir mitgebracht haben. Ja, wir sind ja inzwischen doch ein bisschen größer geworden hier auf dem Kanal. Wir haben einige Abos dazu bekommen und wir haben aber auch gemerkt, dass wir sehr viele Zuschauer haben, die noch recht neu an der Börse sind. Und der ein oder andere weiß das vielleicht noch gar nicht, also die älteren Hasen wissen das schon, aber der ein oder andere neue Investor weiß gar nicht, dass es auch Aktien gibt, die eine steuerfreie Dividende haben. Also sprich, eine Dividende, wo ich jetzt auch meine Kapitalertragssteuer nicht drauf bezahlen muss, auch wenn ich meinen Freibetrag ausgeschöpft habe. Und darüber wollen wir heute einfach mal sprechen, welche Aktien das sind. Und da sind einige Bekannte dabei. Ich denke mal, die meisten von euch werden da bestimmt die ein oder andere von kennen. Das stimmt. Wir haben sogar selbst festgestellt, dass wir die eine oder andere selber im Tipo haben. Ja, spannend. Aber bevor wir starten, haben wir noch ein paar andere Sachen zu klären. Und ganz wichtig wie immer natürlich der Disclaimer von unserer Seite aus. Wir fordern niemanden zum Kauf auf. Alles erfolgt auf eigener Gefahr. Denn Wertpapiere sind mit Risiken verbunden und können zum Totalverlust führen. Keine professionelle Beratung bezüglich Finanzen, denn alles ist nach bestem nubischen Wissen und Gewissen investigiert. Und damit ihr auch nichts weiterhin verpasst von uns, natürlich könnt ihr uns abonnieren, die Glocke klicken und dann kriegt ihr immer eine Benachrichtigung. Denn wir machen spontan immer mal den ein oder anderen Livestream, wie ihr sicherlich schon festgestellt habt. Und für alle neun unter uns, die dazugekommen sind, auch von mir herzlich willkommen. Ja, wäre schön, wenn ihr uns abonniert und einfach euch freut, mit uns freut, auf unseren Weg begleitet. Ja, der größere Noob ist der Ene in dem Fall. Ähm, das ist immer ganz spannend, die nächsten Monate, Jahre weiterhin mit ihnen zu gehen. Und ich bin, ja, der kleinere Noob, würde ich sagen, mit ein bisschen mehr Erfahrung. Aber nichtsdestotrotz sind wir die Obernoobs am Markt. Und deswegen, ähm, versuchen wir natürlich hiermit auch uns weiterzubilden, indem ihr uns hilft. Und ich muss sagen, das hat schon gut funktioniert. Äh, es gab einen Kommentar, auf den gehe ich jetzt heute nicht ein, aber demnächst. Der hat einfach mal eine Aktie vorgestellt, Ene. Und, äh, oder einfach mal einen Namen reingeschrieben. Und, äh, ich habe mir das Unternehmen angesehen, fand ich sehr spannend. Und, äh, dazu mache ich auch noch ein Video. Ähm, also, dieser Austausch, also auch im Chat, der ist gut, ähm, und sehr interessant. Und, äh, jederzeit willkommen. Also, schreibt gerne rein, wenn ihr Fragen habt. Oder vielleicht machen wir auch was falsch. Dann, äh, korrigiert uns gerne. Also, wir lieben Feedback. So, dann kommen wir wie immer zu unserem Fear & Greed Index. Ja, letzte Woche waren wir im Greed-Bereich. Also, vielleicht im grünen Bereich, im normalen Bereich, würde ich sagen. Da gab es noch keine großen Wall-Street-Bets. Ähm, die... Ist doch, letzte Woche ging das ja auch schon los. Ja, gut, okay, aber da... Ja, gut. Ja, aber da hat es noch nicht so ganz gemessen. Aber man merkt das eindeutig jetzt, wenn man sich das Aktuelle ansieht. Man sieht hier, dann sieht man schon, dass die Angst da teilweise wieder zurückgekommen ist. Ja, momentan letztendlich, wenn man von Woche zu Woche blickt, ähm, dann würde ich sagen. Oder wir sind jetzt ja zwei Tage drüber. Dann ist es relativ stabil. Ja. Ach, ich sag mal so, ähm, das war jetzt die letzten Tage. Natürlich die ganze Wall-Street-Bets-Geschichte und so hat den Markt ein bisschen aufgewühlt. Und es war ein bisschen Action drin. Inzwischen sind die Aktien ja auch wieder abgestoßt. Also, äh, hat sich ja auch alles wieder ein bisschen beruhigt. Die, äh, Broker haben sich wieder ein bisschen beruhigt. Trade Republic hat den Handel wieder komplett aufgenommen gehabt am nächsten Tag. Inzwischen haben sie sich auch entschuldigt, haben auch genau erklärt, dass einfach ihre Systeme völlig überlastet waren und sie zum Schutz, äh, deswegen das Ganze runterfahren mussten. Also so ähnlich, wie wir es auch vermutet hatten. Äh, es waren keine Liquiditätsprobleme, muss man dazu sagen. Also, das, äh, war nicht der Fall. Und, ähm, ansonsten, ja, also heute ging auch schon wieder alles nach oben. Also, von daher, ähm, ich, ich sag jetzt mal, äh, entspannt bleiben. Genau. Und als langfristiger Anleger, ganz wichtig, letztendlich, äh, tangiert uns das Peripher, wie mein ehemaliger Professor sagen würde, denn wir sind Langfristanleger und, ähm, gerade die Dividendenanleger, äh, schätzen die Dividende, die hoffentlich dann immer quartalsweise oder jährlich kommt. Und es gibt immer Schwankungen bei jeder Aktie. Und wenn sie halt ein bisschen weiter da unten ist, sind das schöne Gelegenheiten, einfach aufzustocken. Und daher, aber es ist trotzdem mal wieder interessant zu sehen, wie sich das so ein bisschen ändert, ne? Ja. So die Stimmungslage ist aber halt. Ja. Aber, ja. Also, alles halb so wild, würde ich sagen. Genau. Sehe ich auch so. Gehen wir weiter. Gehen wir weiter. Dann kommen wir zu den Earnings. Und, ja, also, ihr seht, viele Unternehmen haben gemeldet diese Woche. Äh, wir sind ja schon beim Donnerstag hier. Ähm, genau. Und, unter anderem hat auch am Dienstag BP, äh, Zahlen vermeldet. Der Kurs ist gleich mal runtergestürzt um 5%. Also, ja, aufgrund des, äh, Verlustes, was sie im Quartal erhalten haben, aber auch im Gesamtjahr. Und, ähm, der belief sich wohl gut bei 5,7 Milliarden US-Dollar. Ja. Auch Shell, was ja ebenfalls eine Aktie in dem Bereich ist, die haben nämlich heute die Zahlen gemeldet. Die haben heute? Die haben heute gemeldet. Die sind da gar nicht drauf. Ähm, genau. Shell hat soweit, ähm, auch 5 Milliarden oder 4 Milliarden, 4, irgendwas Milliarden wieder verbrannt. Ähm, im wahrsten Sinne des Wortes. Und, ähm, nichtsdestotrotz haben sie aber angekündigt, die Dividende erhöhen zu wollen um weitere 4%. Nein? Echt? Das ist doch toll. Doch, ja. Also auch für das nächste Quartal. Und, ähm, ob das das gut findet oder nicht, das kommt drauf an. Das ist immer so, so eine Sache. Ähm, aber sie haben es auf jeden Fall angekündigt. Ja, okay. Okay. Das hört sich ja nicht schlecht an. Ähm, BP sollte jetzt nicht auch nachziehen und die Dividende erhöhen, weil die ist schon hoch genug, finde ich, bei BP. Ja, die halten halt. Die halten es ja gleich. Genau. Die halten es gleich, ja. Genau. Und, äh, das Geld lieber nutzen zu Investitionen und Schuldenabbau besonders, weil der ist ja auch nicht klein. Ja. Aber, ähm, die haben gesagt, äh, es ist ein entscheidendes Jahr gewesen und bis 2050 will das Unternehmen mit Null Emission, äh, zurechtkommen. Also sie wollen halt Vermögenswerte verkaufen, das Geschäft komplett, äh, umstrukturieren, äh, auf kohlenstoffarme Zukunft umgestalten und letztendlich ist das Ziel, äh, ja, auch bestimmt Wasserstoff, Wind und Sonnenenergie zu nutzen. Und dafür werden diverse Vermögenswerte wohl verkauft werden, um halt auch, a, die Schulden ein bisschen zu reduzieren, um ein bisschen mehr finanziellen Freiraum zu haben und natürlich, ähm, Vorstoß in die grüne Energie weiter zu finanzieren. Mhm. Also, sie gehen den richtigen Weg, finde ich. Ich habe jetzt noch nichts von, weiß nicht, Chevron und wie sie nicht alle heißen, die Großen hier, ExxonMobil, ähm, da höre ich nichts. Vielleicht lese ich auch immer nicht die Nachrichten. Ja, ExxonMobil hat ja auch am Dienstag gemeldet, aber ich habe es jetzt auch nicht verfolgt, wie bei denen das jetzt war, von den Zahlen, da ich nicht investiert bin, deswegen lese ich das dann nicht. Ja. Was vielleicht noch ganz interessant war, bei AppV, ähm, bin ich ja auch investiert, haben auch viele als, genau, als Dividendenwert, die haben am Mittwoch gemeldet und, ähm, bei AppV ist es so, dass die wirklich gute Zahlen hatten, ähm, die Erwartungen der Analysten geschlagen haben, ihr Hauptprodukt, was sie, mit dem sie den meisten Umsatz machen, äh, das ist ja Humira, das ist entsprechend, äh, sogar gewachsen, ähm, von den Umsatzzahlen, man ging eigentlich davon aus, dass es runtergeht, da, äh, das Patent in Europa für Humira ausgelaufen ist, ähm, aber nein, sie haben da nochmal zulegen können wieder, ähm, Dividende hatten sie ja letztes Jahr schon gesteigert, deswegen ist da jetzt keine Änderung drin, dann, was auch noch interessant war, 3M hat auch diese Woche, äh, Zahlen gemeldet, ähm, soweit ja, klar sind von Corona auch in gewisser Weise betroffen, Masken laufen natürlich wie Hullis, ähm, gerade die FFP2-Masken und so, das ist alles logisch, ähm, und 3M hat eine Dividendenerhöhung bekannt gegeben von einem Cent. Ja, immerhin. Ja, immerhin, das ist 0,7% mehr, ähm, gut, äh, auch egal, äh, ansonsten hat Unlever heute noch Zahlen gemeldet, das Ganze ist, äh, auch ein bisschen durchwachsen, klar, die sind trotz der, der Umsatzplus oder Umsatzsteigerung bei den ganzen Reinigungsmitteln, haben sie natürlich ein Problem, ähm, bei ein paar anderen Sparten, gerade auch so Dinge, die jetzt auch zum Beispiel in Veranstaltungsstätten, Kinos und so gekauft werden, also gerade Eis und so, war, was halt da einfach häufig geht, ähm, und so Produkte, ja, die sind nicht so oft gekauft worden, ähm, dementsprechend haben die auch in der Gastro, haben sie glaube auch noch Nachlass gehabt, also ging es auch nicht so gut, ähm, nicht so trotz steigern sie auch die Dividende um 4%, ähm, ja, die Anleger waren aber nicht ganz so glücklich damit, und, äh, die Aktie fiel dann mal zwischenzeitlich um 7% heute. Echt? Okay, Wahnsinn, unglaublich. Ja, gut, aber interessant, was wieder los ist am Markt, ähm, ja, wir sehen auf jeden Fall viele interessante Werte, BP und Shell, wie ja gesagt, ähm, machen eine Transformation jetzt durch, geht los, sie investieren eher in neue Geschäftsbereiche und, ähm, vielleicht muss ich nochmal Shell aufstocken, ich hab ja Shell im Depot, äh, das sage ich jetzt durch die rosa-rote Brille, aber, ja, könnte klappen langfristig. Mal gucken. Dann kommen wir zur Aktie der Woche, ja, ich sehe, da ist gar kein Name, ähm, aber hier oben erkennt man es, wer dieses Kürzel kennt, weiß, dass es um Mutaris sich handelt. Ähm, Mutaris haben wir ja beide im Depot, wenn ich mich recht erinnere. Haben wir beide im Depot, ist diese Woche nochmal ordentlich nach oben gegangen, ist nochmal ordentlich gestiegen, ähm, einfach weil Mutaris einmal einen Verkauf gemeldet hatte. Genau. Und weil sie einmal, äh, eine Neuakquisition, äh, gemeldet haben. Sie haben sich nämlich den italienischen Geschäftszweig von Ericsson geschnappt. Genau, und es gibt dazu, wie Ene gerade richtig gesagt hat, ähm, hier steht das nämlich, ähm, das Potenzial des jüngsten Zukunfts von Ericsson Services Italy. Ähm, und der, ich glaube, der CIO, ja, Johannes Laumann erklärt in diesem sehr guten Artikel, finde ich, ähm, wie es weitergeht in Mutaris und, äh, ja, wie das Wachstumspotenzial aussieht. Ähm, den könnt ihr euch, äh, durchlesen. Wir sind natürlich happy, weil sowas zu lesen ist immer schön, oder? Ja, jetzt, wenn man schon investiert ist, klar, logisch, dann ist das immer toll zu lesen. Ähm, aber für jeden, der die Aktien nicht hat, kann sie ja mal auf die Watchlist legen und beobachten. Ähm, wir erwarten, dass dann wirklich eine gute Dividende kommt. Ja. Aktuell ist die Aktie bei 17 Euro vom Kurs, 1 Euro soll Grunddividende sein und dann, ähm, eine Performance-Dividende von, tja, X. Man weiß es nicht, ähm, es können 10, es können 20, es können 30 Cent sein, ähm, was so Analysten schätzen und von daher, ähm, wäre es natürlich immer noch eine sehr, sehr gute Dividendenrendite bei dem aktuellen Kurs. Das denke ich auch. Wie gesagt, lest euch mal den Artikel durch und schaut euch mal die Webseite von Mutaris selber an und dann, wie gesagt, macht eure eigene Due Diligence, äh, eure eigene Bewertung dieser Aktie, wenn ihr sie haben wollt. Auf jeden Fall, wir finden das Unternehmen weiterhin spannend, ähm, so viel können wir sagen, äh, ohne jetzt hier den Kursziel zu nennen, ähm, oder sonst was, aber. Ja, aber Disclaimer, wir sind auch beide investiert. Also nochmal deutlich zu sagen, deswegen. Genau. Genau. So, dann kommen wir weiter. Dann haben wir, äh, ja, unseren, äh, Freund und Börsenstar, würde ich sagen. Ähm, äh, kein anderer als Mr. Dax persönlich. Und was ist da passiert? Ja, also Mr. Dax, äh, hat sich ein bisschen in dem Video negativ geäußert zu der ganzen GameStop-Geschichte. Ähm, er sagt halt, dass die Leute alle keine Ahnung von Börse haben, ein betrügerisches System ist und so weiter und so fort. Und, ähm, niemand Geringeres als Leon Müller, äh, Chefredakteur vom Aktionär, hat dann auf Twitter geschrieben und ein bisschen, ja, sich negativ drüber geäußert über Dirk Müller. Ähm, und zwar, ja, wie er halt schreibt, während er austeilt, notiert sein Fonds im Übrigen 8% unter der Erstausgabe, dass die Börse ihm keinen Spaß mehr macht, verwundert da nicht. Ja, gut getroffen. Ein kleiner, netter Beef, ähm, genau. Aber, ja, gut getroffen. Es geht jetzt über Dirk Müller und seinen Fonds, das muss jeder für sich selber entscheiden, aber, ähm, das war schon so ein bisschen geätze in die Richtung und so von wegen, die haben alle keine Ahnung, aber, ja, selber geht sein Fonds halt auch nicht nach oben, äh, obwohl alles andere nach oben geht. Aber er soll ja nicht nach oben gehen, ne? War das nicht so bei dem Fonds? Ja, aber er geht ja immer noch weiter nach unten. Er soll ja in der totalen Krise oder im totalen Absturz abgesichert sein, ähm, aber jetzt aktuell geht er halt trotzdem irgendwie immer so ein bisschen weiter nach unten und, ähm, das war halt das, warum hier Leon Müller das dann auch geschrieben hat. Ja, wenn wir hier Fondsbesitzer haben, die das gerade sehen, schreibt da mal eure Erfahrungen rein, würde mich ja mal interessieren, ob ihr zufrieden seid selber, ähm, ja, und wie ihr weiter mit dem Fonds verfahrt, ob ihr da die Strategie gut findet weiterhin. Ja, richtig. Weiter geht's. Weiter geht's. Ja, dann kein geringerer als Adam Musk selber himself, hat auch nochmal einen Post abgelassen, mal wieder, ne? Es gab ja mehrere und das war einer von denen. Genau, das ist ein relativ, äh, neuer Post jetzt, ähm, wie man sieht vom vierten Februar, also von heute ist der noch. Äh, genau, I am become Meme, Destroyer of Shorts, ja, weil er hat natürlich über diese ganzen GameStop-Geschichte ja mitgemacht und dafür gesorgt, dass wirklich massiv viele Leute in die Aktie reingegangen sind. Ähm, zusätzlich hat er noch, äh, dann auch andere, also Etsy zum Beispiel hat er durch einen Tweet hochgeschossen, ähm, alles immer nur kurzfristig, aber er hat halt getweetet und dadurch ist der Markt nach oben gegangen oder die Aktie nach oben gegangen und die, ähm, äh, die SEC überprüft das Ganze natürlich und, äh, er hat sich jetzt auch eigentlich eine, ne, ähm, eine Twitter-Pause sich selber sozusagen auferlegt. Die ging, glaube ich, genau 48 Stunden oder so. Äh, und dann kam nämlich noch ein Tweet und das war der, der jetzt nach dem jetzt kommt. Ne, das ist der, der letztere, der, der jetzt kommt. Ja, das Letztere, genau, aber der andere hat dann, den hat er dann davor gemacht. Das war der erste Tweet dann wieder nach 48 Stunden und, ähm, damit hat er dann direkt den Markt manipuliert. Nach zwei Stunden meinst du, ne, weil 4. Februar 11.08 Uhr, die haben ja 4. Februar 9.15 Uhr. Ja, genau, also das war der erste Post nach den 48 Stunden Twitter-Pause. Achso, vor, okay. Genau, ja, und, äh, da schreibt er, Dogecoin ist the people's crypto und daraufhin ist der Kurs nach oben geschossen. Für alle, die es nicht wissen, Dogecoin ist eine Kryptowährung, aber eigentlich nur eine Spaß-Kryptowährung, die aus Spaß entstanden ist. Es ist eine, eine Fun-Währung, ähm, die eigentlich keinen wirklichen Wert haben sollte. Dogecoin? Eigentlich. Ähm, ja, das ging aber dann trotzdem durch sein, durch sein Tweet, äh, ging das ziemlich nach oben. Das glaube ich, das glaube ich gerne. So, ich kann mal gucken. Falsch, ach, noch Tümer. So, da haben wir ihn. Ja. Genau. Mir sieht es zumindest auch. Ja. Ja. Ich hasse das. Ja, das ist ein bisschen ätzend mit den ganzen, äh, Ja, man sieht hier zumindest, ja, dass er hochgestiegen ist. Ja, aber man sieht, 51 Prozent heute, äh, ist Deutschland nach oben geschossen. Die Woche, ne? Die Woche, ja, nach oben geschossen. Und, ähm, ja, ist halt, äh, Elon Musk, aber bitte Leute, nicht darin investieren, das ist einfach nur ein, ein, ein Spaß-Coin, ist eine Spaß-Währung, die in einem Forum entstanden ist, ja. Hey, Wahnsinn. Das ist eine Internet-Community heraus und deswegen, ähm, ja, nicht investieren. Ja. Ja, aber, äh, es gibt auch trotzdem auch inzwischen einen, einen schönen Ohrbum dazu, den gab's aber schon davor. Genau. Und, äh, hast du den, hast du den bereit? Den hab ich, glaub ich, du kannst ja nur mal ihn ganz kurz anspielen. Ja, natürlich, so jetzt, genieß den. Nur kurz. We're gonna take Dogecoin to the moon, making this crypto mean one dollar soon, I'm hoping it's safe we can assume, we're taking Dogecoin to the moon. You might have studied the economy for seven years in college, you know, it's a big one Man bleibt, man bleibt hängen, ne? Man bleibt völlig drauf hängen und, äh, wir entschuldigen uns jetzt schon für den Ohrwurm. Ja. So, ähm, gut. Genau, ja. Das erstmal dazu, also Elon Musk ist halt echt, äh, schon so ein bisschen so ein Börsenmanipulator und daran sieht man mal, was er für eine Macht hat, allein nur mit einem Tweet. Ja, das ist Wahnsinn. Er muss nur über irgendwas tweeten und es geht nach oben. So. Komisch, wie schnell die Leute reagieren, ne? Oder können. Das ist echt Wahnsinn. Ja, ich sehe gerade auch noch Experience Trading, schreibt auch, äh, der Doge ist ein weltbekanntes Meme. Ja, natürlich ist es ein weltbekanntes Meme, aber nichtsdestotrotz ist das halt eigentlich kein Gegenwert. Okay. Eigentlich nicht. Gut. Aber ich würde sagen, kommen wir zum Hauptthema. Ja, genau, das ist viel interessanter, weil für die Aktienkultur sind Dividenden, glaube ich, äh, mit eins der wichtigsten Sachen, hoffe ich, zumindest für mich und für alle neuen Börsenanleger, die dann entsprechend auch einen weiteren Einkommensstrom aufbauen wollen. Und dann ist mir das Thema die steuerfreie Dividende. Ähm, ja, was ist hierzu zu sagen? Also, es gibt Aktien, wie der Ene ja schon in der Einleitung berichtet hat, die zahlen eine steuerfreie Dividende. Die zahlen sie natürlich, äh, nicht einfach mal so, sondern es handelt sich dabei um eine Ausschüttung, ähm, vom Unternehmen, die aus dem steuerlichen Einlagenkonto gemäß Paragraf 27 Körperschaftssteuergesetz kommt und deswegen ist dieses steuerfrei. Also ist im Grunde genommen keine wirkliche Dividende. Und es gibt halt Unternehmen, die zahlen das aus. Wir haben, da gibt es halt eine Seite, die hat es mal aufgelistet, die haben wir euch mitgebracht. Einige kennen sie vielleicht. Das ist aus dem letzten Jahr und, ähm, wir hatten mal geguckt nach Dividenden in den letzten Tagen, welche Unternehmen noch Dividenden zahlen. Ähm, und es gibt halt, ja, eine Menge, die bereit sind, aus diesem entsprechenden Einlagenkonto, ähm, das auszuschütten an die Aktionäre. Von daher sehen wir jetzt hier diese Liste. Diese Liste ist, ähm, vom letzten Jahr, wird wahrscheinlich jetzt irgendwann nochmal bestimmt geupdatet, aber wir sehen schon eine ganze Menge, äh, an Unternehmen, die das zahlen. Und wir sehen hier 2019 war, ja, gemischt die Dividendenrendite, ne, von normal bis etwas höher, etwas niedriger hier, ähm. Genau, aber zum Beispiel Telefonica ist ja ein bekannter Wert, den haben bestimmt manche auch vielleicht im Portfolio. Tag Immobilien ist, ist eine, auch eine gute, äh, Immobilienaktie. IVU Traffic, äh, Eisenbahn, äh, Eisenbahnbaubereich auch mit dabei. Ebenfalls ein sehr guter Bereich, äh, eine sehr gute Aktie, die auch zum Start gestiegen ist, ne, Deutsche Telekom, klar, auf der Liste. Absolut bekannt. Die Scout24-Portale sind ja ebenfalls auch bekannt. Ähm, genau. Also jetzt mal völlig ohne Wertung, ob das jetzt wirklich sehr gute Aktien sind für euch oder nicht, aber... Es gibt ein paar, ne, also sieht man ja, ne, nicht zu wenig, nicht zu viel. Ähm, die haben natürlich Vorteile, ich selber besitze Telefonica zum Beispiel, die zahlen jetzt unter anderem, kann ich gleich schon mal verraten, habe ich gelesen, 18 Cent anstatt 17 Cent, ähm, das habe ich letztens gelesen, also 1 Cent mehr an Dividende für das Jahr 2020. Und, ähm, der Vorteil ist eben, ja, es ist steuerfrei. So, es gibt natürlich Vorteile und Nachteile bei dieser steuerfreien Dividende. Ein Vorteil wäre aus meiner Sicht, ähm, wenn ich jetzt, sagen wir mal, 100 Aktien habe, ich kriege hier so 1,17 Euro, ne, oder 1,70 Euro, 1,70 Euro an Dividende und der Kurs ist hier, ne, nicht 1,70 Euro, 17 Euro, ja genau, 17 Euro. Ähm, bei 100 mal 2,54 sind circa 254 Euro. Ähm, dann habe ich diese 17 Euro steuerfrei, also wird nichts abgezogen. Aber, jetzt ist halt das Problem, wenn ich meinen Sparerpauschbetrag, soweit ich weiß, nicht aufgebraucht habe, zählt das damit hinein. Ja, also, ähm, da sie ja schon steuerfrei ist, geht sie mit in diesen Freibetrag rein, bis 801 Euro. Und besser wäre es natürlich, ich kriege die Dividende, wenn ich diesen Sparerpauschbetrag aufgebraucht habe, also sprich über 801 Euro. Ähm, da muss man mal gucken, wenn man natürlich ein größeres Portfolio hat, dann geht einem das, glaube ich, nicht mehr, weil dann kriegt man schnell diese 801 Euro voll, weil die Telefoniker zahlt im Mai die Dividende aus. Ja, und bis dahin, also mittlerweile habe ich es, glaube ich, geschafft, dass ich die 801 Euro voll bekomme. Ähm, somit ist sie dann wirklich steuerfrei bei mir. Äh, da muss man mal gucken. Also, auf der einen Seite kann es dann erstmal nachteilig sein, steuerlich gesehen, aber dann, wenn du die 801 Euro aufgebraucht hast, dann ist es halt vorteilhaft, weil dann ist es wirklich steuerfrei. Hm. Man muss auch beachten, dass natürlich die Steuerfreiheit nur für Anleger aus Deutschland, äh, Genau. Auch noch ist, also, das muss man dazu sagen, da wir auch Zuschauer aus Österreich und der Schweiz haben, ähm, für euch gelten da dann wahrscheinlich wiederum eure eigenen und andere Gesetze her. Letztendlich muss man sagen, bei dieser steuerfreien Dividende, die haben natürlich auch einen Nachteil, ähm, den haben wir jetzt noch nicht besprochen. Ein großer Nachteil ist natürlich, ist eine Steuer, wie sagt man, Steuerstundung oder nachgelagerte Steuer. Also, ihr zahlt jetzt in diesem, äh, weiß nicht, in dem Zeitraum, wo ihr diese Aktie hält und die Dividende kassiert keine Steuer, aber wenn ihr die Aktie verkaufen solltet, zahlt ihr dann den Differenzbetrag, ähm, an Steuern. Also, ihr zahlt das hinterher dann trotzdem. Also, angenommen, keine Ahnung, wir haben hier 254 Euro, ähm, an Einstandswert und ich, äh, nehmen wir 2,54, ne, ja, 2,54 und, ähm, ich kriege diesen Betrag als Dividende, dann wird die Dividende, äh, subtrahiert vom Einstandswert und dann hätten wir hier 2,37 Euro. Und das geht dann immer so weiter, immer weiter runter und wenn ihr diese Aktie jetzt verkaufen würdet, dann zahlt ihr die Differenz, auf diese Differenz die Steuer. Also, sprich die Kapitalertragssteuer. Genau, also es wird halt dann im, im, erst wenn ihr verkauft, im Nachgang, ähm, wird es dann sozusagen fällig. Ähm, hier ist halt einfach der Punkt und das solltet ihr euch halt immer gut überlegen, es ist jetzt nicht so, dass man jetzt die Aktie sich kauft, 5 Jahre im Depot lässt und dann wieder verkauft und wie auch immer, ähm, sondern vielleicht schon eher wirklich ein langfristiges Investment, was denn so als Beimischung immer im Depot bleibt. Ja, Telefonica habe ich jetzt auch schon 5 Jahre, glaube ich, oder was, 6, 5, 5, glaube ich. Also die wird jetzt auch noch länger bleiben, weil Telefonica, kann ich mir nicht vorstellen, genauso wie Deutsche Telekom, dass die so schnell pleite gehen, dafür gibt es, sind die halt, haben sie sich dem Markt gut aufgeteilt, denke ich. Genau. Genau, und letztendlich, ähm, solange ihr die nicht verkauft, könnt ihr von dem, ähm, Vorteil leben, denn der Vorteil ist natürlich, ihr habt, ähm, mehr Dividende zum reinvestieren, was ihr ja nicht hättet, wenn diese Dividende gleich voll besteuert wurden, würde. Genau, ja, und, ähm, da braucht ihr auch nicht wundern, wenn ihr die Dividende bekommt und euer Steuerfreibetrag nicht aufgebraucht ist, ähm, dann ist das, was du gesagt hast, dann wird das im Endeffekt von dem Freibetrag abgezogen, dann wird das auch nicht nachträglich versteuert. Sollte aber euer Freibetrag aufgebraucht sein, dann wird das abgezogen vom Einstandspreis. Ja. Also der Einstandspreis wird dann um die Dividende gesenkt. Ähm, so war das nicht bei mir der Fall. Mhm, genau, und irgendwann, wenn du sie dann, weiß nicht, verkaufst, wird die Differenz genommen vom Verkaufspreis zu dem aktuellen Einstandswert, ja, also mit Minus dieser Dividende, ähm, und dann wird darauf dann halt die Kapitalertragssteuer genommen, plus Suli leider, leider haben wir das ja noch so, dass wir bei Aktien noch mit Suli rechnen dürfen, ähm, ganz schön gemeint, finde ich, ähm, ja. Aber ist halt nun mal so. Ist nun mal so, genau, gegebenenfalls Kirchensteuer, ne, falls jemand in der Kirche ist. Genau. Dann auch noch, ja. Wir haben auch den Link dazu, äh, unten in der Infobox. Genau. Müsste der sein. Genau. Müsste, ja. Ja, ich denke, ich denke, den haben wir unten mit rein, haben wir den unten mit reingepackt? Hoffentlich. Könnt ihr ja auf jeden Fall... Nee, haben wir nicht, haben wir nicht mit reingepackt, aber wir packen ihn noch rein. Ja, gut. So, der wird, der wird gleich noch reingepackt. Genau, also, auf jeden Fall, ähm, ist es eine interessante Möglichkeit, um halt, ähm, schneller vom Zinseszinseffekt zu profitieren, dass da keine Steuer darauf abgezogen wird, wenn ihr natürlich, äh, nicht innerhalb eures, äh, ja, Freibetrags, äh, die Dividende kassiert. So, habt ihr ein bisschen mehr, ähm, netto, also brutto gleich netto in dem Sinne, und, äh, habt dann halt auch wieder mehr zum reinvestieren in neue Sachen. Ja, richtig, genau. Es wird halt nicht gleich abgezogen. Und dadurch hat man ein bisschen mehr und kann man natürlich noch ein bisschen schneller vorankommen. Ein Viertel mehr, gut, kann man ja sagen, ne, ähm, das ist ja, glaube ich, gar nicht so schlecht. Genau, und diverse Branchen sind ja vertreten. Vielleicht habt ihr ja auch eine dieser Aktien, ähm, könnt ihr mal reinschreiben, ob ihr auch schon davon, äh, profitiert, ob ihr da sowas wisst. Äh, wäre auch mal interessant zu wissen, wer es noch nicht wusste. Das ist immer sehr interessant natürlich. Dann haben wir unseren Auftrag für die Aktienkultur, äh, erfüllt, denke ich. Gerade ist egal, auch wenn es nur einer ist, ja, der es nicht wusste, oder für den das neu ist, das Thema, der sich damit beschäftigt, ähm, dann finde ich das spannend, das zu wissen, weil, ähm, ja, die Aktienkultur zu fördern ist natürlich wichtig und, ähm, auch richtig für unsere Zukunft, äh, ja, von daher, wäre es gut, wenn wir Feedback bekommen würden. Ja. Wäre auf jeden Fall nice. Genau. So viel dazu. Ja. Gut. Ich denke, das war's, nö, das war's eigentlich heute. Heute mal ein bisschen kürzerer Stream. Ja. Äh, ansonsten, wenn ihr mehr mit uns quatschen wollt oder so, dann kommt doch einfach auf unseren Discord-Server. Ähm, wir sind jetzt im Discord live und, ähm, so, jetzt war ich gerade abgehackt, weil du wahrscheinlich aus dem Discord rausfährst. Ja, genau, ich war verklickt. Genau, kommt auf unseren Discord-Server, wenn ihr, ähm, wenn ihr mit uns quatschen wollt. Wir sind jetzt auf jeden Fall nach dem Video noch ein bisschen dort, ähm, da und ihr könnt einfach mit uns quatschen. Link ist unten in der Infobox. Und, äh, ansonsten könnt ihr aber auch mir auf Twitter folgen, at ene noob, da ist mein Händel auf Twitter, da schreibe ich immer mal wieder was und, äh, bin sehr aktiv. Ja, aktiv unterwegs. Ja. Dann könnt ihr mir auch direkt schreiben. Genau, das macht er gut. Und wie ihr seht hier auf unserem Discord, wir reden gerade ein bisschen über Schäffler. Ähm, ja, auch eine interessante Aktie vielleicht, mal gucken. Auf jeden Fall wird hier heiß diskutiert mit Schäffler, über Schäffler und, äh, ja. Vielleicht wollt ihr dazu beitragen, vielleicht hat da eine oder andere die und kann dazu was beitragen, dann seid ihr natürlich auch herzlich willkommen, uns zu erleuchten. Wir sind jederzeit dankbar und, äh, freuen uns über Feedback. Ja, genau. Jeder einfach gemütlich quatschen und ein bisschen drüber unterhalten. Genau. Es sind alles Anleger, alles Leute, die Aktien kaufen. Also alles Gleichgesinnte und, ähm, daher freuen wir uns immer, wenn, wenn mehr dazukommen und sich ein bisschen beteiligen und jeder so ein bisschen seine Meinung dazu sagt. Richtig. Ähm, weil, ich sag jetzt mal so, 20 Augen sehen halt dann doch mehr als zwei vielleicht und, ähm, dementsprechend, äh, ist einfach eine Meinungsvielfalt hier auch bei Aktien sehr wichtig. So ist es. Ja, in diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Abend, würde ich sagen. Genau. Im Live-Chat sehe ich gerade, gibt's keine Frage. Also alles gut. Nee, ist nichts mehr drin, genau. Gut, dann, ja, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Habt noch eine schöne Restwoche. Und, ähm, wir hören uns. Genau. Also, macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.